Willkommen zu einem neuen Fusion 360 Tutorial. Ich zeige euch einfach ein paar neue Funktionen, die ihr in Fusion umsonst integrieren könnt über den Fusion in den App Store. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch in dem Video. Da kriegt ihr zum Beispiel sowas wie einen Vorneu-Sketch-Generator, einen Zahnrad-Ersteller rein und genau. Dann lasst uns einfach mal direkt rein starten. Ich wünsche euch wie immer sauviel Spaß. Vergesst es nicht, ein Like mal dazulassen und ein Apo. Wäre mega. Und jetzt legen wir einfach mal direkt los. Das ganze Thema hatten wir schon mal angeschnitten gehabt in einem anderen Video, aber das ist jetzt auch schon wieder sehr, sehr lange her. Und es gibt so viele tolle neue Add-Ins. Und da möchte ich euch gerne zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr mal ein bisschen aufgepasst habt, seht ihr, dass ich zum Beispiel hier solche Helical Gear Plus, so einen neuen Sketch-Generator drin habe. Und das ist eigentlich keine übliche Standard-Fusion-Funktion, sondern diese integrierte Funktion. Fusion hat nämlich einen eigenen App Store. Den findet ihr unter Dienstprogramme, Zusatzmodule, Fusion 360 App Store. Und dann landet ihr hier. Nein, eigentlich landet ihr hier vorne. Genau, hier landet ihr. Und hier gibt es viele, viele tolle Sachen und da könnt ihr ein bisschen durchklicken, was ihr oder was euch helfen würde. Zum Beispiel, hier gibt es hier die Most Popular Autodesk Apps. Also, was gibt es da direkt von Autodesk als Integrations. Dann habt ihr hier Most Popular Apps. Was gibt es hier von anderen Leuten, die geschrieben wurden als Integration. Ja, und dann gibt es natürlich auch bezahlte Versionen, wo man dann halt monatlich was zahlt. Aber das ist ja auch alles, ja, wenn man es braucht, ist es cool. Wenn man es nicht braucht, braucht man es ja nicht zu zahlen, so ungefähr. Genau, ich würde mich heute einfach mal zum Beispiel auf diesen neuen Sketch-Generator konzentrieren. Den habe ich selber drin. Ich zeige euch einmal so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Ihr geht hin und klickt halt einfach drauf, wie ihr es kennt. Wichtig ist, dass ihr eingeloggt seid, was ich jetzt nicht bin. Dann geht ihr hier auf Download, lädt euch den ganzen Spaß runter. Davor solltet ihr euch aber noch mal kurz überlegen, seid ihr auf Windows unterwegs oder seid ihr auf macOS unterwegs. Genau. Ihr könnt euch auch ein bisschen durchlesen, wie es halt so ein ganz klassischer App-Store ist. Jetzt sagt ihr sogar, wo die Integration ist, wie das Ganze funktioniert. Das finde ich ziemlich cool. Und ihr habt dann auch zum Beispiel hier auch noch Kommentare von Leuten, die es runtergeladen haben, ob sie zufrieden sind oder nicht zufrieden sind. Und wie das, ja, was sie damit getan haben, zum Beispiel hier der Kollege. Genau. Also, wir haben es jetzt runtergeladen. Wenn wir es runtergeladen haben, springen wir wieder zu Rook in Fusion rein. Und da gehen wir hin und sagen Skripte und Zusatzmodule. Und dann gibt es, was nennt sich Zusatzmodule. Und dann könnt ihr das Ganze hinzufügen auf dieses Plus. Dann geht ihr bei mir auf Add-ins. Da kann ich das reinkopieren oder rausziehen. Und öffnen das halt dann hier damit. Und dann seht ihr hinten an dem Kreisteil, dass das sozusagen gerade läuft, das Zusatzmodul. Wo haben wir es jetzt denn? Neu, da haben wir den. Könnten wir jetzt beenden. Da sehen wir, ist dieser Kreis jetzt hier hinten weg. Und wenn wir das Ganze beendet haben, sehen wir auch, dass es hier gar nicht mehr auftaucht. Also, gehen wir wieder zurück auf Dienstprogramme, Zusatzmodule, Skripte, Zusatzmodule. Und suchen uns Zusatzmodule. Und sage ich jetzt bitte ausführen. Okay. Ich habe das auch bei mir so eingestellt, dass diese ganzen Zusatzmodule immer beim Hochfahren sind. Also führen sie beim Start. Führen sie beim Start. Aus. Denke ich mal so das heißt. Genau. Und ja, dass das halt immer da ist. So, jetzt können wir uns das mal anschauen. Was kann das eigentlich? Und dafür gehen wir einfach mal auf die Funktion selber. Und da fragt er uns, er will irgendeine Fläche haben. Und dann kann er irgendwas mit dieser Fläche machen. Okay. Das heißt, wir erstellen jetzt einfach mal diese Fläche. Könnten wir jetzt zum Beispiel mit einer Skizze machen. Da gehen wir einfach R für Rechteck hin. Und erstellen hier ein Rechteck zum Beispiel auf 50 auf 50. Sagen wir die Skizze fertigstellen. Gehen über Erstellen auf den Front Neues. Und wählen das Ganze hier aus. Und sagen hier Vorneu Editor. Dann öffnet er uns hier den Editor. Wir sehen jetzt hier ein paar Sachen, was wir machen können. Können jetzt hier verschiedene Sachen integrieren. Also sozusagen Zellen. Also Vorneu, der macht da halt so dynamische Zellen draus. Und hier könnt ihr das hier in der Größe verstellen. Auch in der Häufigkeit, wie viele drin sein sollen. Ob außenrum noch was sein soll oder nicht sein soll. Oder ob die, die überschneiden, auch noch mit angezeigt werden sollen. Was ich eigentlich immer ganz sinnvoll finde. Weil dann kriegt man einfach ein schöneres Bild am Ende des Tages. Genau. Könnt ihr noch ein bisschen hier eure Ansicht verändern. Was ist das? Padding? Also ja, das sind verschiedene... Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was das ist. Aber doch, das ist der Abstand sozusagen von oben weg in Inches. Warum Inches? Interessant. Genau. Ihr könnt natürlich auch auswählen, was ihr hier haben wollt. Ob das eckig sein soll. Ob das kreisig sein soll. Vierecke, Sterne natürlich. Wer will ja keine Sterne? Sterne sind schon cool. Pentagons, Hexagons, Oktagons. Aber ich würde gerne mal auf diese Kurven eingehen. Würde mir hier ein bisschen hochsetzen in die Zellen-Count. So sieht das gut aus. Und sagen wir Publish. So, das hat wieder sehr gut funktioniert. Wir gehen nochmal rein. So, jetzt gehen wir nochmal drauf. Wählen das Ganze hier nochmal aus. Und sagen, Use Profil Size. Also sozusagen, nutze die Größe des Profils. Da haben wir noch einen kleinen Vorteil. Den habe ich euch gar nicht gezeigt. Dann sehen wir auch, können wir direkt in diesem Profil arbeiten. Es ist fast ein bisschen schöner jetzt, es so zu machen. Ich mache das mal ein bisschen größer. So hier. Und da gibt es noch eine Sache bei diesem Add-In. Das werdet ihr euch gleich sehen. Wenn wir das Publish drücken. Er kippt das runter. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum er das macht. Aber okay. Da könnten wir jetzt einfach mal hingehen und sagen, schnappen wir einfach mal die ganzen hier unten. Und sag, verschieben, kopieren. Dann können wir das einfach nach oben verschieben. Das ist ein extra Schritt, den man machen muss. Ich verstehe nicht ganz, warum man den machen muss. Also, woher das Ganze kommt. Aber naja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Ganze extrudieren. sehen wir hier diese Auswirkung von dieser Form. Es ist schon ziemlich cool, wenn man einfach ein bisschen was ausschneiden will. Und es soll ein bisschen anders aussehen. Es ist eine sehr einfache Methode, es zu tun. Und ja, was gibt es denn noch? Wir hatten jetzt, dann hatte ich noch dieses Helical Gear Plus runtergeladene. Das ist sozusagen eine Zahnraderstellung. Da könnt ihr einfach bestimmen, was für eine Art Zahnrad ihr haben wollt. Das kann so eine Rack Gear sein. Kann man auch mal okay sagen. Und dann sehen wir, ich drehe das mal ganz kurz. Erstellt er mir das einfach direkt, wie ich das gerne hätte. Ohne viel, dass wir was tun müssen. Und das ist schon ziemlich cool. Gerade bei Zahnrädern. Das ist immer ein bisschen größerer Aufwand, das Ganze. Aber das ist halt dadurch super, super einfach. Das heißt, wir können nicht nur so solche Sachen machen. Sondern wir können auch, also solche Zahnräder. Sondern wir haben auch die Möglichkeit. Hier über so ein Internal Gear. Das ist auch genial. Wir können sogar Advanced Settings machen. Da können wir sehen, ob wir eine radiale Verschiebung oder Normalverschiebung haben wollen. Wir können die Position sogar noch bestimmen. Kriegen hier noch die ganzen Infos dazu. Und ja, das ist, also macht das Leben. Echt oft ziemlich einfach. Gerade wenn man weiß, wie schwer das ist, so ein Zahnrad einfach selber zu erstellen. Fusion bietet ja tatsächlich schon ein Add-In für Zahnräder. Wenn das euch interessiert, gerne mal reinschreiben. Aber dieses Add-In schafft es zum Beispiel nicht, diese Schrägverzahlung zu machen. Was das halt jetzt hier mit möglich ist. Mit diesem Helical Gear Plus. Und das Geniale ist, dass es auch wieder umsonst in der Bibliothek von Fusion zu finden. Und ja, genau. Das sind zum Beispiel so ein paar, ja. Das sind halt so Beispiele, die ihr da findet. Und was Fusion da euch bietet. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. War ein bisschen was Neues für euch dabei. Und gerne lasst doch mal einen Kommentar unten drunter. Was interessiert euch? Wo habt ihr gerade brennende Themen? Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und wie immer wünsche ich euch sau viel Spaß beim Konstruieren.